So, nur was. Jetzt aber! Häuser ist schon wieder dicht. Ja. Da landen glaube ich auch welche. Da landen welche. Ich bin mir nicht sicher, ob hier welche landen. Ich glaube nicht. Da hast du markiert. Da. Ja. Ist noch leer. Die Tür noch, ja. Alle Fliegen im Einsatzgebiet eliminieren! Ja, auch keine Schritte oder so. Geil. 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 Geil mal dahin. Ganz unten. Geil. 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 verschlack ich habe schon präzzi hier unten ist einer der andere hat er ist weggesprungen welche richtung links zonen sich die kiste ich hab hier ich hab ich hab ich hab's kannst du noch eine muni kiste holen ich habe keine muni zone kommt perfekt schmeißt du kannst dich hier aufstellen genau und dann kriegst du die kiste schon mal das kopfgeld ach scheiße jetzt habe ich meine zweite waffe vergessen ich bin ja auch ein idiot das ist blöd ich bin ja auch selber schuld schalte mal schon wieder die sind immer noch auf dem dach und ballern da sicherheitszone wird verlinkt der feind springt über dem gebiet ab auf den himmel achten der feind springt oh ja vor uns hier ist er kommst du mit ich bin oben wo ist er denn hin 40 meter vor mir der muss weiter gelaufen sein scheiße rüstung war weg ich gehe hier unten lang lieber hier vor uns ist einer vor uns durch hab ihn down er ist tot ich frage wo das zweite ist 35 meter sind links vor uns sind welche aber na toll und die waffen die ich schon hab hier ist noch eine verfahrer die ist ja gut nicht hier hab einen down da ist noch einer kannst du den finischen ich muss mich heilen geradeaus durch geradeaus durch ist er so war da ok ok hab sie ich bin tot der war rechts ja der ist nach rechts gelaufen ok brauchst du keinen rucksack äh ne ich hab schon einen danke die sind hier auf den himmel ab passt noch einer ich heil mich ja heil dich schön das wär jetzt zu riskant brauch noch Muni der ist über uns wenn ich keinen totenstille oder so was ist das denn für welche schlittergranate hm das glas kommt näher neue sicherheitszone wird markiert der feind nähert sich könnten hier unten natürlich lang gehen das ist direkt über uns jetzt hm wir lassen sie unten lang ich glaub das macht mir Sinn ja ja für Schritte ja bleibliche Drohne über uns hab ihn down allerdings nur down der ist wieder reingesprungen ja der ist reingesprungen ok lass es weiter ziehen ok lass es weiter ziehen sei vorsichtig mache aufklärung bei meiner position drohne erreicht einsatzgebiet ich hab noch ein prezigult brauchst du noch geld oder so? ne alle in die sicherheitszone sofort verbündete drohne ist in der luft radarsuche wird gestartet ok rücke vor da sind die alle Achtung drohnen treibstoff wird knapp zurück zur basis zum nachtanken der feind spricht über dem gebiet Desников bay Sch Cynthia alles come music ajk ich bin hier in der ecke da ist einer da oben lockt einer oh scheiße hier vorne ist einer ja heil dich selber ich werde mich auch beschossen er hat mich wieder er ist in die richtung gelaufen wir haben zu zweit auf mich geballert ja da erledige das hat sie hat alles Alles gut. Halt zur Welt. Jetzt Leute noch. Fünf. Das ist eine kleine Position. Ja. Ist der da oder wo ist er? Da war einer. Da, 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 da geradeaus. Nein, was mache ich denn da? Ja. Ja. Wow. Oh, so habe ich, ich habe so behindert geschossen. Oh. Da musst du jetzt noch zehn Kills, glaube ich, haben. Äh, ja, ich habe nicht mehr darauf geachtet. Ich war am Ende so im Film. Ich wollte die ganze Zeit auf ihn schießen und ich bin mit dem Finger immer abgerutscht, weil ich so nervös war eben. Ich habe gesagt, den letzten Kill muss ich machen. Ich habe die bessere Position, den muss ich machen. Oh Mann, ey. Ja, ja. Nice. Ding ist rein, sich zu machen. Ja. Ach. Ich glaube, das war gar keine üble Runde von uns. Von dir. 12 Kills. Geil. Finde ich gut. Ja, wollen wir das sagen, lieber auf.